Mein Name ist Ina, die Katschenga, das ist die Clownsfrau in mir. Wo trifft man sie? Ja, manchmal zuhause, manchmal auf der Straße, manchmal kommt sie auch in die U-Bahn hinein. Aber am liebsten bewegt sie sich halt im öffentlichen Raum, mit Publikum. Mein Name ist Martin. Die größte Sache von mir ist, dass ich den größten Clown der überhaupt war. Die größte Sache von einem Clown ist, dass du komplett ohne Filter operierst. Die erste Emotionen, die in deinem Kopf kommt, kannst du auch leben. Mit deinem Körper und deinem Körper, deinem Körper und deinem Körper. Das ist einfach so. Mein Name ist Miguel Castillo. Ich liebe die Kunst, das ist mein Leben. Ich mache die Jungle für... Ich mag es, es ist eine Sprache. Es ist für die Freiheit. Mein Name ist Gabi. Pferde gehören jeden Tag gut gestriegelt, eingespannt, unbedingt bewegt und nachher dann abgewaschen und natürlich gut gefüttert. Das Schönste im Umgang mit den Pferden ist, wenn sie die Liebe und das Vertrauen zu Menschen entdecken. Mein Name ist Ronald. Für die Menschen in der Straße. Wenn sie die Art machen, kann sie Leben in der Nähe. Die Art ist die Change für die Welt. Die Guns, die Art. Die Art ist die wichtigste. Die Art ist die Liebe und benötig. Die Art ist die Liebe und ich mich aktiv an der Krose. Die Art ist die Liebe und ich bin einfach nicht mehr, es bin einfach nur für dieses Jahres. In den Augen. Die Art ist bestattbar.